Oh Gott, so teig, ey. Wir haben uns das Rennen gewonnen. Ach, scheiße. Nee. I don't care anymore. Mit dem Ico jetzt in der letzten Woche, wo wir dort schön gekämmt haben. Mit den Granaten, das Ding. Nun, Granaten und hier. Ey, was ist das? Hö. Au! Ey, was kommt das? Au! Ey, was wird? Okay, ich dachte, es wäre jetzt einfach ein normales Schießding. Pass auf, da kommt was runter. Hilfe! Ich glaube, ich komme. das wird keiner wissen aber das war das ist ja das ist hier wieder der frage das ist wie das mit dem disney war erst mit der rampe gespielt haben ja keine ahnung ich bin die geil was mit gott verwirrt hat was auf ihren auto gelandet ist ja die banken warum weil ja nicht in der glück gehabt ich hab's überlebt warte 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 das war zu früh aber du hast gar nicht auf das auto geschossen soll ich muss warten bis die dort sind bist du auf die auto schießt nicht auch nicht und ich habe nicht geschossen gott jetzt hast du hier unterstimmt okay ich dachte muss da und darauf ist balancieren oder warum oder was ich habe gedacht ne ohne scheiß wie gesagt ich ja gerade nur gott ich glaube nicht dass wir die da drin erschießen können oder ich habe es jetzt noch kein treffer gehabt okay du musst ja wenn auch das wieder ding da nehmen muss ich bin tot zwendel schaffst das wir wollen mich für alle verarschen ja gewittsüberschreitung wir wollen nicht immer verarschen hier ist kommen die weiter nein das war jetzt glück als verstand es werden kann keiner wissen was du zu dir nehmen das ist ja unglaublich das problem ist ihr habt die autos aber so gut getroffen gehabt dass das den weg versperrt hat ich kam nirgendwo mehr hin wie lang ist denn die strecke da ist noch feuer und flamme und dabei bist du das nicht weil du weil du heute ja männlichen charakter spielst aua 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 schon lkw war der so komisch darin hängen bleibt das hängen und stehende lebensleiste ich würde ja tipps geben es geht nicht deswegen sagte ich ja jetzt rutscht er auf den wagen drin warte mal wenn du jetzt ja jetzt steckte ich mich auf der anderen seite aus nein falscher knopf klatsch dass das leben wir von der plattform gesprungen das war für morgens aber nicht das wird eine überraschung da wird sich freuen marcus ich hab was für dich du musst dich freuen die spiele beginnen wo bist du da dürfen die anderen nichts sagen wo du bist und da kann ich davon sehe ich nicht oder wir unglaublich geht so der ist gar nicht mehr oben der schon runter das sind nach feuerwehr einsatz wer hat einen peter hier das ist ein peter der muss jetzt zum einsatz ja klar ehre der typ jungen freiwilligen dienst besten menschen der welt gut aber das ist jetzt halt da wichtiger definitiv das passiert da das problem ist dass man auch nicht erwähnen ist nein das wird jetzt anders verteilt weil es in der runde wird das doch anders verteilt ich glaube nicht ich glaube das wird tatsächlich das verteilt dass er läuft und wir zu dritt sind wir sind nämlich zu dritt ok dann halte ich mich darauf nee mach ich lass mich ich bin nicht schlecht ums neun deswegen ja wenn ich gut wäre 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 blöd ja gut ok das stimmt voll recht wenn man was so ja so auch dort startet der hinter uns nach der kraft zu früh zu früh ich habe doch ganz gemacht markus ja ok gut ich dachte mir nur ich glaube schon mal los bis ihr euch geeinigt habt ich mache ich mache nein 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 was die was wo was wie ich habe doch gar nichts gemacht bei uns sind da manchmal auch die autos eben zu früh runter gefallen obwohl man gar nicht drauf ich habe noch gar nicht drauf geschossen gehabt deswegen von morgen besetzt in der spirale oder ja 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 ich habe ich habe deine spirale gefunden das wenn ja so ein spaß richtig auch aber man muss schon sagen das piepen war echt genau also wir kriegen hier nicht ich habe gerade voll drauf gesetzt und in dem geht allerdings hier kannst du den ich treffe ja klar war das lauter wird gesagt das ist halt jetzt definitiv wichtiger als ein bisschen zu zocken so das wird er wieder gegrillt das werkt er sicherlich auf die fresse was war's da ist jetzt da ein panzer ja dann ist es jetzt sehr wahrscheinlich durch ne da ist jetzt schon ein panzer da hinten ist der panzer warum man nicht dafür was anderes noch kriegt ja dann ist es vorbei die ganze system bleibt ja gut ich habe vorhin gewusst wo sie stehen also schaffst du das ding als erster dann hast du es eigentlich schon gewonnen sollte hätte man das sagen können man ok man kriegt dann quasi als eingreifendes die panzer fäuste oder sowas aber das kannst du nicht einstellen ach hier morgens für was ist die lüste für die leute das ist jetzt 4 plus auch so ok ja wir ziehen jetzt aber das gute ist dass der markus dann wahrscheinlich mit dem keff zusammenspielen wird wie will sie was passiert weil ihr bete ja noch in der selben kurs sei es an die wechseln konnte weil man die scheiß vorbereitung gemacht kommt so das heißt wir laufen jetzt wieder genau probiere es jetzt was jetzt ein bisschen blöde ist weil gesagt 1 gegen 3 ist scheiße und da steht auch schon vor mir also machen der hkw hätte wieder ein bisschen was auf dankeschön jetzt habe ich vor die blockade für die röhre das auto das auto das auto der die limousine habe ich erwischt ja die habe ich ja runter geschossen ja ich habe ein ich habe ich habe das geschafft der tag hat mich übrigens nicht erwischt du sind beide es waren die genau die mir runter natürlich nicht erwischt august hast heute abfall entzogen weil die mühkontainer hingestellt hat was auch hier wird der bus mit geschleift glück gehabt diesmal zu funktioniert wie ich das wollte jetzt hast jetzt komme ich doch nicht hoch auch ernsthaft wie komme ich weiter aus wenn du musst irgendwann runter springen in der hkw der plattform ja schön das habe ich jetzt gemerkt dass da die ich wollte ja runter kommen dann bin dann noch mal abgerutscht in dem ding ja und schiss er kuriert auch nicht mehr mit uns das musst du machen der bus brennt hier kommen hoch geh hoch genau und jetzt ist bald springen und hier drunten landen ich will warten was der bus macht denn er ist explodiert bei der ehrung bin nämlich in einer gesprung und wenn ich jetzt 100 sterben du kommst du kommst du kommst ja nicht hoch ein rego kommt zu mir kaffee ist tot das sind ein ja er schützt mal 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 ich bin hoch nein enri gode muss alleine schaffen ich mach gerade lief wie weit man halt auch unterschieden ja das ist natürlich der gebietüberschreitung ich hätte nur worten ich hätte nur worten wieder mal ist der enrico unsere letzte hoffnung ich würde so lachen der fahrt runter glaubt mir das würde mir wahrscheinlich passieren das problem ist nur wenn der wenn er im panzer sitzt was willst du machen weil so kippen marcus also der enrico den könig richtig marcus oder max ist kein schlechter so machen mit eindruck ja stimmt wenn er dann regelmäßig dabei sein kann dann hätten wir zumindest wieder einen mehr zuverlässigen weil wie es wenn das auch schon vorhin gesagt hat baby das macht ein bisschen so gut okay das kann ich was kann passieren wenn da was passiert in der familie klar scheiße falsch richtung ganz gefolgt ernsthaft er ist schon wieder der nächste aufnahme ich kann doch gerade schlechtes mikro stumm ich bin am rennen naja dann ich bleib da stehen ich hab's gehört alter ich bin beide male oben liegen geblieben also aber ich muss ganz ehrlich sagen ich feiere die map jetzt nicht unbedingt aber ich werde mal mehr von diesen der franz runterladen sie sind ganz cool so allgemein wir sagen so drauf schießen bitte durch die map bringt ja nichts könnt ihr noch mehr draus lieben das ist vorbei oder das ist ja noch die er wird runtergerutscht im panzer nicht aber gleich wahrscheinlich mensch die kanone spring ist alles ja dass ich dich alleine aber genau im brunnen gelandet wasser war zu wenig ja es hat aber wie alle selten der marcus ist im panzer ja 2-2 und da ging es nur noch hauptsache der marcus geht kein kill die kleiner gönnt sorry marcus ich glaube ich habe auch eingesetzt aber ich weiß es nicht marcus die runden hat es eingestellt weiß ich nicht alle sind noch nicht mal gestartet ein video sitzt schon in der lösung ja ich auch kommen wir fahren weiter zum ziel ich habe noch nicht mal drauf geschossen die steht schon unten und wir kommen nicht vorbei doch kommt immer vorbei ich hätte sich erwartet wenn wir da jetzt erwartet dass ich runterfalle dann auch schießt doch uns wieso denn das bei einem die ganzen dinge auch von allen schon runter ich habe nicht einmal drauf geschossen total lkw kann wir gerade noch entgegen die 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 dies sind auch schon die die was mit dem kepfels betont ich bin das schaue ich bin der blusor schossen wollen hätte ich auch schon kein bock mehr ist wenn du schaffst das ich gegen morgen ist was ist falsch mit euch du schaffst das schon jetzt war kein druck machen da neben daneben was soll es nicht geben daneben daneben ich laufe die treppen und dort da werde ich wieder munter und leuchte wieder hoch bleibst du immer schießt du auf mich ich bin bundesagent das finde ich nicht lustig markus kann man packt machen du lässt mich nämlich fast nicht leben auch bitte markus ich habe nie wieder was wesens zu dir sorgen du hast eigentlich komplett weit weg das weg hätte ich immer wieder mal wir sind immer alles verlässt sich doch von unten ja wissen verfeiert dass ich gerade selber und applaudiert dazu wahrscheinlich der macht hier gerade die one man show der rot sitzt gerade fast allein dir nimmt es kann alleine ein bisschen auseinander oder weniger ja es haben fehler gemacht ich hatte nie aus dem container gehen sollen ich verbrauchen müssen doch so viel gemacht das weiß ich halt die fressen bis die er ist wo man sie hat nicht stimmt er hat mit dir zusammen gespielt also das auto ist schon unten steht bei mir hier bis vorläufer ja das hatten wir auch gerade das geschäftig die stand schon drin ja verhandelt ein rito guckt ohne aus dem sonntag aus aber leider kein headshot aber trotzdem getroffen ich hab dir was hier vor die dings gelegt wenn du dich dagegen hast dass ich denke mal so leichter unterfallen und dann doch nie das nervte bis ich das glitzt und dann tut er damit mit willkommen mit dem lkw definitiv ja aber das hat vorliegen jetzt gepackt wieder aber jetzt sind wir eigentlich nur noch zuschauer jetzt läuft die treppe runter da müssen wir eigentlich alle nur noch auch wie es mir noch rauskommt da müsst ihr noch drei headshots fliegen alter ich würde so lachen gleichzeitig du siehst nur noch fliegen ja ein schuss aber von drei leuten aber dann treffen wir sowieso nie ich wollte mir das spektakel angucken wie die autos hier rumbacken sie waren nämlich alle beide auf dem der rat also vorbei gezämmelt hat das schon nach unten geschossen von uns ja das ist zu früh habe ich dann auch gemerkt jetzt ist vorbei okay na dann die die verdammte ja das wäre mich auf mich die geerlage das war blöd ja ja ich weiß ich habe es verloren das ist so typisch bei dir und du kommst immer zu früh so froh dass überhaupt jemand bei dir kommt die wurde sofort zu mir kommen wurde sofort bei mir kommen die wird aber nichts wieder geben ich hab da morgens das ding alleine gehofft man haben und zwar drei vier runden lang ja guckt euch das gesicht an das ist doch gesicht des vertrauens was du so vertrauen nimmst käfer auf die zweiten das ist eigentlich ein rennsieg aber eben das hat schon wieder ein bisschen was ausgemacht aber hier ist dann drin